Gucken, aber nix machen. Und nicht die großen Bäume wegmachen. Ich find große Bäume übelst geil. Du hast vor dem Haus genügend Bäume. Das ist meine Insel. Das ist vor allem hier eigentlich fast nur ne Insel. Ja, das ist ne Insel. Ne, ne Halbinsel, die ist noch an der Wüste eingeschlossen. Ich kanns auch abkappen. Ich krieg das mal gerne ein bisschen drum in die Wüste. Ich glaube das mach ich sogar, dass ich abkappen von der Insel. Ja, wie viel's da wegschwiffelt? Noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Und Bühneau Level 39. Vielleicht hat man ja Glück. Bühneau Level 35. Apropos Level, wir könnten mal vielleicht ein bisschen... Entschaden. Ja genau, und Bammus anbauen und so'n Scheiß. Können wir mal alles machen. Gucken wir mal ganz kurz nach so einem Wüstentempel. Du kannst hier hinten... Haben wir hier... Haben wir Bambus. Den könnte ich anpflanzen. Weiter losermachen. Ja, um mal ein bisschen weit wachsen lassen. Ja, warte. Ich brauche nachher später ganz... Ganz viel viel. Ich werde jetzt aber erstmal den Baum erfähren, wenn ich hier schon auf meinem Trickhaufen stehe. Ja, nein. Dann rückwärts in den Wüstentempel. Guck mal, in den Wüstentempel was ist denn so? Was ist denn so für eine Scheiße? Was ist denn so für eine Scheiße? Kein'n сторону. Aber drüben! Oha, das ne'n kleine... Das ist ne'n kleine Ölsee. Das ist ne'n kleine Ölsee. So ist eine Ölquelle. große hier ist auch nur ein Ölsee, schade irgendwo noch so ein Uppsala Tempel wird jetzt echt interessant Oh, da oben ist so ein Altar Eieieiei Die Bäume sind voll krippel, Alter Man müsste es doch irgendwann mal hier diesen Baum zu fällen Wäre der nicht so viel krippelt Wäre der nicht so viel krippelt Oder ist das schon der nächste Baum Ne, das ist ja auch noch der Oder das ist ein zweiter schon Schlimm Oh, Shovel of the Earth, Booger Und zwei Schallplatten Das ist meine Lieblingsschallplatten Aua, au, au, au Blitz links Ah, jetzt wollte ich gerade drauf Springen auf das Lautblatt Dick war Oh, ich glaube, ich habe etwas Schönes für dich gefunden Feuerzeug zum Bäumen abfackeln hier Puh, haha Ah, nimmt der, nimmt die Aua Leute, nimmt die Erde da raus Ja, genau Hm? All das Ding ist da richtig gechillt Also ich habe schon mal was, womit du du, äh, da Alles umwechseln kannst Wie umwechseln kannst? Äh, ich habe eine besondere Schaufel gefunden Alter, das geht sogar mit Sand Alter, chillig Hahaha Warte, ich komme Und ich habe auch schön, zwei, äh, zwei schöne Schallplatten gefunden Aber meine, äh, meine beiden Lieblingsschallplatten Hm Das ist alles bei so einem Alltag gefunden Wuh Da, 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 da Da, da Das ist da drüben, wie die Jungle? Ja, da drüben ist ein Mini Jungle Der Jungle Bambus ist schon mal angepflanzt, aber das ist hier die Schlucht, das deswegen das für ihn glaube so Glück, wie in der Schlucht, das war mal die Todeschlucht Ja Auf der kleinen Insel hier drüben Oh, da war nochmal so einen schönen wunderschönen Baum Da, wo Spinsborn unter sind No Ja, aber Und ich hab da unter, ja Gut, das Graf war schon komplett Also ich crafte mir jetzt ein Feuerzeug Haben wir Flinden noch? Oder haben wir ein Feuerzeug gerade gemein? Flinden habe ich Flinden habe ich noch gerade dabei, ich habe sogar, ein Flinden habe ich sogar dabei Okay Toll, ich komme zu dir Toll, ich komme zu dir Haben wir hier einen? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu dir Warte Wie war ein Feuerzeug eigentlich? Äh, Eisen und Flinden Eisen? Haben wir Eisen? Ein Eisen war ein Ach, kannst du mir kurz das Feuerzeug machen? Guck mal Gib mir Feuer da Ja, warte, ich kann mir schon Ich hab mir schon mein Kind Hä? Ja, das ist ein Spielzeug Warte, warte, ich demonstriere ganz kurz Guck mal Ja, ist das geil Kann auch hier so hin platzieren Kann man die irgendwie reparieren? Äh, ne, aber die kann ich nachher später, wenn ich ein bisschen mit Towncraft auseinandersetze, kann ich die nachher später für dich en masse craften Es gibt nachher auch extra Stream, da machst du einfach, gehst zum Baum hin, klopst auch große Bäume, klopst unten einen Stamm an die ganze Zeit und dann lösen sich oben die Baumstäbchen auf und fliegen zu dir Feuerzeug Ja, genau, hab ich aber nicht dabei Vielleicht finde ich irgendwann eine Ich hab schon mal öfters mal eine gefunden Aber schau doch auf die Ölfmohr habe ich auch erst seit ersten Mal in der Hand gehabt Ach so, ja genau, das war's Wie faseln Wie faseln Ist der gut, es ist der gut, es ist der gut Es ist der gut Es ist der gut Eifflug 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 So, da hast du ja schon deinen Flint So Ne, ne Damit läuft ich jetzt los Ich seh's jetzt schon Und mein Haus wird gleich anfangen zu brennen Ouch Oh, brennen wir schon mal als erster Hast du eigentlich die Geräte von der Das Showcraft? Hä? Hast du die Geräte von der Das Showcraft? Weiß es nicht, die ich jetzt gerade nicht Weil das muss man wahrscheinlich noch Ja, das muss man wieder in der Konfi umschalten Müsst du gleich mal machen, wenn wir den nächsten Aufnahmestoff machen Oh, hau umwechselnd Da hört man die ganzen Geräusche und was weiß ich alles So So Ich komm mal kurz zu dir rüber, kannst du hier mal kurz aus dem Garten rausgucken Warte Bei dich Warte Bei dich, sonst ist alles vorbei Warte Warte Bei dich Jetzt Ja Genau Ich brauch Platz Ich hab keinen Bock die fetten Bäume ab zu pflanzen Jetzt kommt auch noch so chillige Musik die die bitte das für nacht doch habe ich hell auf der Insel für die er das musikalische Unterwahlung hier mann hier sind überall Risse in den Wänden drinnen trigg mich jetzt schon wieder auf hä Risse wo? mein Loch irgendwie hat das auch nicht so richtig viel gefackelt wie? hat es einen Baumstümpfe jetzt hier ja es sind echt nur die Baumstümpfe da das ist wie Jump and Run hier irgendwo Sand schon mal hier auf Lager oh ja 69 kriegs bald Sand äh nicht 69, 49 69 geht ja gar nicht so als nächstes mach ich auch mal ein Engelstümpfe oh zum Glück hat mich das Skelett ins Wasser geschossen wieso? ach weil er gebrannt hat so es hat mich, nein es hat mich eben gerade von Baum oben runter geklickt jetzt war eine Spinne die ist im Baum geklittert komm her ja nicht oben drauf bleiben auch runter kommen Pussy hoch kommen aber nicht runter kommen oder was? das sind die richtigen Leute ein Aufmacher machen und dann nicht kommen nee, hä? extraktor oah müsste mir eigentlich mal ein paar Fackeln machen und mal meine Insel hier ausleuchten ey ich hab hier noch nen Stack Fackeln soll ich hier rüber bringen? kannst du mir mal da vorne rausschmeißen ich hab noch mein Stack Fackeln von letztes Mal wo ich zum weis nix fucking gecrushtet hab wo ich zum weis nix fucking gecrushtet hab Wup da 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 excellent so schöne Karibik Musik dum 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 das ist eine kranke schaufel gerade geht noch schnell in den arsch die dinger kannst du auch verzaubern weil es gibt einige verzauberungs also einige enchantments die es einfach nicht gibt solche gibt es einiges für zauberstäbe es gibt auch für werkzeug gibt es repair das heißt es repariert sich nach einer zeit wieder das heißt du hast sozusagen die schaufel vollständig wenn du repair drei augen drauf hast du kannst du jetzt halt what the fuck regnet gewitter also es hat gerade geblitzt aber mehr auch nicht also ich habe noch nicht mit towncraft angefangen also es kann doch gleich blitzen wieso weil durch das towncraft entsteht flux also wenn man nicht richtig braut dieses flux verursacht ja ebenso donner du kannst manchmal vom blitz getroffen werden also auch absichtlich vom blitz getroffen werden ja dann würde ich mal behaupten baue das haus nicht nur aus holz sondern ein anständiges dach nähe damit es ja ich war nachher oben das ableiter aus mit halbzäun das geht weil der blitz schlägt immer in einem bereich ein oder der höchste punkt ist das heißt wenn er unser aus dem visier hat geschickt immer oben ein das heißt zauern kann ja nicht anfangen zu brennen einen stahl zauern vollständig es sieht aus wie so dead island da vorne oder das ist so schwebende baumkronen ich will das nicht aus wie so ein krater eingeschlagen ist oder so ein meteor vielleicht ist das ein meteor wo du drauf stehst vielleicht war es vorhin mal so ein wunderschöner see und jetzt ist da so ein meteor eingekracht vorstellungen von sonstwas so so jetzt brauche ich mal ein bisschen kupfer und ein bisschen gubi also jetzt machen wir die ganzen bäume ab und ich habe jede menge holz aber das holz brauchen wir ja auch ich habe vorher irgendwo noch eine andere schallplatte gehabt oder? ich habe keine wenn du eine hast dann bist du der schallplatten ja genau dann hast du nicht eine ganz andere schallplatte ach ha 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 witzig bis heute heutzutage ja ne ne guck mal hier was schönes mal ich baue mir jetzt mal eine schallplatte warte mal man kann sogar records machen, also dass man seine eigene schallplatte aufnimmt wann sehe ich Fortschritte vom Haus? Gar nicht oder wat? ich bin grad am Kraftwerk erstmal in Gerätschaften, dass wir da jetzt noch ein bisschen vorankommen da kommt erst mal später wo ist unser Atomkraftwerk in der Küche? in der Küche? in der Küche rechts neben Waschbecken richtig ich brauche nicht gekühlt werden weil durch das Wasser dann was äh der kleinen Bachlauf der nebenbei ist dann so nötig das ist das schallplatte uah ok ein Klümergrad äh der ganze Kiste grad zerspringt wie kommt der rein? Daniel aah stopf doch die Löcher bin grad dabei Mann die liegt ja alles voller Scheiße voller Scheiße ich glaube ist das was, hat der grad ne Scheißkiste zerstört oder was? ja der ganze Kiste der ganze Doppelkiste zerstört haha oh Graf war so schön mein ganz schönes Inventar richtig schön leer das ist hier da kommt schon diesen heftigen Kübe an das ist mir die ganze Laune verdauen was war der Ben? ja wie achtet ihr die alle so? hauptsache ist ne Bronzerhose drin und dann kommt die zieht jetzt an so holz sie da ich brauch hier ne zweite Kiste die eine Kiste reicht nicht aus oh? oh da 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 die 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 hier